Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Freitag, der 30. oder eben nicht ganz Samstag, der 31. März 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 342. Gestern, oder vorgestern, habe ich auf den Twitter versprochen, da es, oder eventuell versprochen, so muss ich das sagen, da es gestern Freitag ein Feiertag war, kam keine Folge, aber ich werde eventuell, wie gesagt, am Samstag eine nachreichen. Nun ist Samstag und ich reiche eine Folge nach. Die folgenden Themen habe ich heute für euch dabei. Microsoft spaltet, Windows Defender, Xbox One, Android-Version, iOS 11.3, HomePod Update, WatchOS 4.3, Mac OS, High Sierra, ARKit Apps und Apple Music. Wir beginnen gleich bei Microsoft. Da wurde gespalten. Keine Antome, sondern die Struktur im Innern von Microsoft. Da war ja schon länger was am Brodeln und Tun. Und jetzt ist es endlich soweit, wie der liebe Martin von Dr. Windows geschrieben hat, sind seine Wünsche voll und ganz aufgegangen. Microsoft wurde intern neu aufgegleist. Und damit steigt die Hoffnung, dass auch in Zukunft ein bisschen mehr besser gleitet und vorwärts geht. Gleichzeitig hat er auch noch bei uns in den, oder haben wir bei uns in den Show Notes noch einen zweiten Beitrag von ihm verlinkt, wo er ein bisschen beschreibt, was die neue Organisation von Microsoft für Windows und Consumer genau bedeutet. Spannende Artikel, unbedingt reinlesen. Wer mit macOS surft, hat in den meisten Fällen keinen Virenscanner. Das liegt zum einen daran, dass alle immer sagen, dass das nicht nötig ist. Mac ist ja sicher und bla bla bla. Das andere ist aber, dass es halt eben fast oder ziemlich keine Viren auf diesem Markt gibt, die für macOS unterwegs sind. Und ich weiss, es gibt welche, aber im Vergleich zu Windows ist das ziemlich wenig. Und dazu kommt, dass Apple ja ziemlich stark im Hintergrund da arbeitet und gewisse Dinge auch eben nicht zulässt, dass da, wenn es was auftaucht, reinkommt etc. Und das gleiche versucht Microsoft seit einigen Jahren auch mit dem Windows Defender. Ein Tool, das im Betriebssystem drin ist und schon gewisse Vorsichtsmaßnahmen trifft, wenn eben irgendwelche Viren auf euer Betriebssystem treffen. Unter Windows 7 war das teilweise ziemlich peinlich, weil da die Werte nicht ganz so toll waren. Seit Windows 10 hat sich das aber deutlich gebessert. Und ich muss sagen, ich bin, und das jetzt vielleicht, aber gut, das war ich immer schon fast ohne Virenschutz unterwegs. Früher habe ich ganz fleißig selber im Betriebssystem rumgewurzelt, dass ich da keine Probleme hatte. Heute traue ich eben diesem Windows Defender ziemlich stark. Und scanne nur noch sporadisch meinen Windows-Rechner und hatte bis jetzt zu Windows nie Probleme. Jetzt gibt es aber offizielle Zahlen, dass eben der Windows Defender auf der Höhe von professionellen und vor allem kostenpflichtigen und speicherhungrigen Virenscanner ist. Und das freut mich natürlich insgeheim. So weitermachen, liebes Microsoft. Xbox One. Wir bleiben bei Microsoft. Da gibt es auch eine Neuigkeit. Seit eineinhalb Jahren jetzt glaube ich schon oder einem Jahr circa gibt es ein Spieleabo namens Game Pass bei Microsoft. Da kann man alte Spieletitel sich per Abo auf die Xbox und Xbox One und wo auch immer runterladen und dann auch spielen. Und jetzt gibt es wieder mal neue Gerüchte, dass Microsoft anscheinend daran sei oder am Aufgleisen sei, um Spiele zum Ausleihen vorzubereiten. Ganz spannend klingt das natürlich. Und ja, die E3 steht ja vor der Tür. Die Zeit rennt. Irgendwann im Juni oder Juli ist die ja, glaube ich. Und das wäre natürlich eine schöne Möglichkeit, um das Ganze da zu präsentieren. Ich würde sicherlich das ein oder andere Spiel zuerst mal anmieten. Google gibt ja jeden Monat und zwar immer so Anfang Monat Zahlen raus. Und Zahlen zu Android. Wie das da ausschaut mit der Verteilung der einzelnen Versionen. Und das ist ja jedes Mal ein Trauerfest, weil die aktuellen Versionen irgendwie bei 0,0000... Gut, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber bei sehr, sehr kleinen Zahlen sind. Komischerweise ist das jetzt nicht mehr so. Zumindest für den Monat März, der ja eigentlich heute den Höhepunkt erreicht hat. Nämlich der letzte Tag. Die Zahlen, die sind nicht gekommen. Schade. Und sind bis jetzt auch nicht angekündigt oder vermeldet worden, weshalb die nicht kommen. Schaut es diesen Monat noch schlimmer aus? Und oder liegt es daran, dass aktuelle Zahlen schwierig zu ermitteln sind? Ne, das kann es nicht sein. Aber zumindest gibt es ja diverse neue Geräte, wie das Samsung Galaxy S9 und das Huawei P20, die alle mit Oreo daherkommen. Somit, Google liefert uns die Zahlen. Wir sind gespannt darauf. Dann wechseln wir auf die Apple-Seite, denn da gibt es seit vorgestern Updates. Wenn ihr die noch nicht mitbekommen habt und oder noch nicht gemacht habt, schmeisst zuerst mal auf all euren Apple-Geräten ein Backup an und dann spielt iOS 11.3 ein. Gibt einige neue Neuigkeiten. Wer das iPhone X hat, hat drei neue Animojis. Es gibt alle möglichen Neuigkeiten, aber vor allem ist es auch ein Fix im Bereich der Sicherheit, Security und Leistungssteigerung etc., wie Apple immer so schön beschreibt. Dann gibt es auch das erste Update für den HomePod auf 11.3 und es gibt natürlich auch bei WatchOS, also für die Uhr ein Update. Da gibt es einen neuen Nightstand-Modus in Hochkant. Es gibt neue Animationen, neue Warnmeldungen, wenn ihr zum Beispiel euren Mac via der Watch entsperrt etc. Und solche Kleinigkeiten sind damit drin. Auch geupdatet wurde der Mac, also macOS auf 10.13.4 und zusätzlich logischerweise wie immer gleich bei dem Schritt iTunes auf 12.7.4. Dann gab es jetzt zum ersten Mal Neuigkeiten seitens Apple zu den AR-Apps. Augment Reality angereicht Realität. Da wurden seit dem Start vom AR-Kit 13 Millionen Apps runtergeladen und wer hätte es gedacht, die meisten in der Kategorie waren Spiele. Wie sich das sonst noch aufteilt, daily.geektalk.ca. All die Themen findet ihr natürlich auch bei uns in den Shownotes verlinkt für euch. Oder direkt bei euch im Podcatcher, je nachdem, was ihr da verwendet. Zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten zu Apple Music, dem Streaming-Dienst von Apple. Denn die haben jetzt einen separaten Bereich eingerichtet für Musikvideos. Wir dürfen gespannt sein, was da noch alles so kommt. Video, Bewegtbild ist ja eh ein heißes Thema bei Apple. Streaming und so weiter. Wer weiß, was da noch alles kommt. Das waren die Themen für den heutigen Tag. Samstag, der 31. März. Das war es jetzt von mir für diese Woche. Ab nächster Woche, wahrscheinlich am Dienstag, eventuell am Montag. Ich sage es jetzt wirklich nochmals explizit. Eventuell am Montag, weil ja auch wieder Feiertag kommt. Der Achim für euch. Euch eine schöne Zeit. Schöne Ostern. Genießt den zusätzlichen freien Tage. Und ja, wir hören uns bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.